Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Dizzy Bugtape Side B Im Januar 2020 erschien mit Bugtape Side A das letzte Release von Dizzy. Ziemlich genau ein Jahr später kommt nun mit Bugtape Side B die Fortsetzung des Erfurters. Bugtape Side B beinhaltet 10 Tracks. Features kommen von Louvre 47 und Main. Das Album kommt über Corendog Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Cache's Clay Exzess Die erste Single, welche den gleichen Titel wie das Album trägt, erschien bereits im Dezember 2019. Doch 2020 stand dann ganz im Zeichen von Corona und sorgte für eine lange Verschiebung des Albums, die jetzt schlussendlich ihr Ende findet. Jetzt steht das erste Soloalbum des Attitude-Künstlers an. Exzess kommt mit 14 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Punch-Arroganz und Twizy. Das Release kommt über Attitude-Movement und erscheint als Bundle. Dardan, Mr. Dardi Das letzte Album von Dardan, Soko Disco, erschien im Juni 2020. Nachdem es im Laufe der damaligen Promophase zu diversen Problemen und Pannen kam, verkündete Dardan über Instagram, dass Soko Disco sein letztes Album sein würde. Dass man diese Aussagen nicht ernst nehmen konnte, wird einem spätestens jetzt klar. Mr. Dardi beinhaltet 15 Tracks. Features kommen unter anderem von Hava, Noah und Reezy. Das Release kommt über Hypnotize Entertainment und erscheint als Bundle. Swiss und die Anderen, Orphan Im Mai 2020 erschien mit Sauna Club das letzte Album von Swiss und die Anderen. Der Titel Orphan kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Baisenkind. Die Marschrichtung des Albums ist klar. Keine Love Songs, kein Überladen, nur der Soundtrack für den Abriss. Orphan kommt mit 11 Tracks, Features kommen unter anderem von Ferris, Joey Bargeld und Shoki. Das Release kommt über Missglückte Welt und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.